Unsterblich Mein Herz Mein Herz Ich krieg niemals meine Sachen jetzt So was da unten hin Bedeutet Dass ich einen Raptor schnappen werde Und mich unsterblich mache Weil ich hab da nämlich Mehr gesehen hab Sachen Die man Sich nicht verlieren möchte Und deswegen Schnell 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 Kommt her Kommt her Kommt her Kommt her Ich bin noch nicht mal beladen Ich kann mich auch fragen Ohne Scheiße Ohne Scheiße Ohne 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 Wie komm ich halt dann vielleicht um hier Das ist die Frage Wenn ich ganz da unten Wenn ich ganz da unten Ich hoffe das Sachen hab doch bald mal ein Level abgekommen Wir haben nur 10 Minuten Zeit Die Sachen zu machen Aber in Zukunft Die Sachen Fremd machen Die ich hätte Unsterblichkeitschen Schnell Schnell Jeden Wie klar Ich habe ja leider mal Kockleben abbekommen, da wird das Band jetzt alle abhören und die anderen abhören. Es wird jetzt natürlich bald dunkel, das ist echt richtig schließlich. Ich muss jetzt natürlich das passieren. Ich weiß nicht, ob ich ganz genau was da oben bin, weil ich weiß nur da unten in einem Eck. Da hinten schlängelt was, was macht denn eine Schlange da hinten im Eck? Und hier müssen wir generell aufpassen, weil hier auch ganz viele Abortoren, Kanus und auch im T-Rex schon mal ran. Das wird so ein bisschen... Ja, schon. Doch, noch nicht. Das ist die dritte Notiz, die wir gefunden haben. Von wegen, die haben wir schon. Das ist aber schnell. Das ist nicht schnell übrigens, nicht meine Fassung von schnell. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung lau. Diese Karte sieht man nicht, diese Karte ist für ein Arsch. Und hier hinten ist dieser hässliche Felsen. Ich weiß, dass da gar nicht so weit weg war von meiner Base. Weil sonst sind meine ganzen Sachen weg heute. Das war schon mega Beginn, wie der direkt geschwommen. Ich meine, was macht denn, was ist hier auch direkt bei uns? Geh doch mal weg! Ja, Zus 애정. Oh, Gewicht! gemütlich! Wir haben den Leveler. Scheiße! Warum? Ich würde da nicht echt rumschimmen, warum ich, keinen Karte lockern kann. Zweckrad hast du da. Ich will doch niemals rechtzeitig da hinbeziehen. Ich mein, dass das hinter diesen Ding da ist. Da schwimmt grad ein Kran auf uns zu. Aber er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen, da kommt der Kran. Nee! Steh mal! Das ist fest. Ich mein, uns kann nichts passieren. Ich bin, nur unser. So. Jetzt müsste er eigentlich auch schneller sein. Ähm. Schnell, 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 schnell. Vielleicht kriegt man doch noch die Sachen. Und wenn nicht, werde ich jetzt einfach schnell. Ich müsste jetzt eigentlich hier genau, hier runter sein und dann nicht. Es müsste jetzt dieser Berg sein, wo es geht, wo wir hinwollen. Hier vorne kommt jetzt vielleicht die Bacht wieder ganz davon. Dann müssen wir nach links. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo wir jetzt runter waren. Das drückt mich jetzt auf. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt an diesem Fuß hier waren. Da vorne ist nicht der Fuß, ich weiß nicht mehr. Da hinten waren wir noch. Da vorne ist ja so. Da ist ja so. Da ist ja so. Da ist ja so. Ich muss ja vielleicht meinen ganzen Sack wechseln, wenn ich jetzt jeden Tag wieder Wir werden uns auf jeden Fall noch mal auf uns heben Aber jetzt nehmen wir uns Ich meine, dass wir hier um vorne gucken Da ist hier alles auf der Scheiße Da hinten kriegt man es mehr Wir sind nicht weit weg Wenn ich das andere sauber werde, da hinten werden wir uns fressen, töten Wie auch immer Einer davon muss nicht sterben, muss ich sagen Da hinten links irgendwo weg Müsste Besser Oder es hier nicht an so weiter auf dem Weg Besser Das wäre natürlich Wie vieler wenn es bei Argas geben würde So wenn man Zum Beispiel Menschen vielleicht schlicht Und dann die einfach einen jagen Wenn wir jetzt an den Waffen noch raus wären Die beschissen wurden Und die Leiche müssen wir nicht mehr sehen Wenn wir nicht mehr so Bauer Oh Welche Wo wickeln wir, ich habe Wack Ich habe mich Na, ich weiß Was ist denn da mit der Leiche? Hä? Wo ist der Affe? Der ist einfach erschienen. Aus dem Nichts ist der gekommen. So schnell die Leiche ist. Alpharaptor. Wollten wir nicht vor dem Alpharaptor stehen, sind wir auf der anderen Seite da gelaufen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass wir da lang gelaufen sind und dann hier in der Fahrrad ist auch schnell. Dann sind wir hier lang gelaufen, weil wieder T-Rex sein sollte. Dann sind wir glaube ich nach vorne gelaufen. Kann aber jetzt auch ein Drückschluss sein. 10 Minuten in der Gegend. Das ist schon wieder eine andere Herde. Ich meine, dass ich bin nicht bei mir. Aber ich bin nicht bei mir. Genau, genau, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Das ist schon die Gruppe davon. Ich weiß es nicht. 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 Ja, ich hab' da nicht genau in die Richtung, wo ich hin bin. Da hinten, wo er ist, da muss es nicht irgendwo sein. Und steckchen weiter. Ich muss abholen. Komm schnell, das ist nicht, glaub ich, der Hylionsbruch. Da müssen wir davon gehen, irgendwo. Ich hab' das hier nicht mehr rüber, geschwommen auf die andere Insel. Mann, ich hab' das jetzt wirklich meistens nicht mehr. Da liegen wir da, da vorne liegt noch irgendwas. Da liegt noch irgendwas. Da liegt noch irgendwas. Mal bei diesem Auge. Was ist das? Das ist ein riesiger Krass. Oder Leiche. Was ist das? Das ist, was ob ich nach der anderen Seite anziehen möchte. Das ist auch ein riesiger Krass. Das ist ein riesiger Krass. Das rotiert mich voll. Schneller. Oh, dann ein. Ich dachte, der Papa ist mal ein paar. Nein! Okay. Es ist eine Pfeift, die uns verbrachst. Weil der T-Rex uns gelassen hat. Ist die Morph Is und Weltkrieg? Kann die schon dazu kommen? Ich will nicht den Raffendapfen lassen, keine Ahnung. Ich meine, der Affe ist eher cheated. Wo ist der Bieber? Vorne war Justin Bieber wieder. Ich weiß es nicht, ob er auch hier lag. Mann, ich will echt... Im Orten werden sollen, glaube ich. Ich fand mich aber schlecht, wenn wir direkt in den Faden kommen. Ich bin gerade hier. Wie ist dieser Samt? Wie ist dieser Samt? Wie ist der Samt? Wie ist der Samt? Wie ist der Samt? Wie ist der Samt? Die Samt? Wie ist er? Wie ist er? Meine Scheißsache! Hast du das gemacht? Hast du mich getötet? Hast du das tüglich? Das ist die Sache. Wenn er es mit dich war, ist die Sache. Ich bin mit dem Stein verpackt. Mein Erf ist tot! Die Schiene ist auf die Sätze. Dann machen wir uns mal ein paar Leder-Sachen. Hundertfünfzig Leder! Das war's mit unserem Achtung. Der ist ja schon wieder. Herstellung. Rüstung. Leder. Wie ärgerlich, dass das hier alles weg ist. Vor allem meine Settel. Ach, Mann. Ich bin so kurz, ich bin so schnell. Scheiß mal Stopps. Ich bin so kurz. Ich bin so kurz. Wir haben uns für 10. Auch der ist gestorben. Wir sind alles gestorben, Nenzer 2. Vorne ist eine Wiese, Saan. ich bin nicht mehr so schnell so, dieser Sam ist auch Wurfs ich weiß mich nicht ob man die richtig zähmen kann, so indem man dagegen schießt weil wir die jetzt so eine richtige Zehnliste haben das ist ein wenig, das ist ein wenig also, das ist ein wenig, das ist ein wenig das ist ein wenig, ich werde nicht so schnell Ich weiß einfach nicht, was ein Isco ist. Das hätte ich ja schon mal gebraucht. Wenn man jetzt einmal einen Isco hat. Als Blüter. Das ist ein ziemlich hässlicher Punkt. Das ist ein ziemlich hässlicher Punkt. Wie schön, dass du hier so eine Sache bekommst. Da freue ich mich. Da habe ich schon mal richtig gute Sachen bekommen. Alle, wir haben jetzt einen dieser Samen. Das ist ein sehr guter Samen. Was ist da? Lederausstattung ist wieder da. Das ist ein sehr guter Samen. Das ist ein sehr guter Samen. Das ist ein sehr guter Samen. Alle, die underground sind. Machen wir. Ext Quick. Der Schilder hier hinten rum warst du, ich bin nicht weh zum sterben gewesen. Ich weiß es auch, was ich jetzt nicht mehr schlafen kann. Jetzt kann ich ihn wiederholen. Ich habe leider entschieden, dass ich mich jetzt nicht mehr schlafen kann. Was ist das? Das ist ein Stück. An dieser Cheat. Geht mir halt hier drüber. Jetzt... Jetzt eigentlich muss das sein. Doch, da hat es Narkose mit, dass wir das hier jetzt wieder zurück haben. Jetzt mal gleich noch ein paar... Ich kann... ...2.6. Ich kann... ...1.3. Ich kann... ...2.6. Aber ich möchte eigentlich... ...euch noch ein... ...euch ein paar... ...so ein... ...euch... 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 ...schildcode jetzt nicht, weil bis der mich uns... ...verfolgt bis dort und dann... ...euch... ...verfolgt... ...euch! Nee! Ah! 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 Das ist richtig. Ja, ich bin das. Die Musik machen, ja, ich bin das. Ah! Wauwauw! Das ist ein bisschen. Dieser Sand kann es dann hier mit uns ziehen. Und ich will auf jeden Fall... Und ich will auf jeden Fall nur so sehen, und letztens ist er sowieso... Und ich will das nicht so gut, ja... Deswegen hatten wir noch nicht so gut, oder? Alles ein bisschen mehr für den Fall zurück. Kano, hier bin ich. Ich denke, er steht da. Ja... Das könnte ich... Wo ist das? Ich bin ein Haargervers component. Ich bin ein Haaregerverser. Ich bin ein Haaregerverser. Ries. Das ist schon ein Wettbewerb. ... zu fangen, genau... ... weil du wüsstest... ... was mir selber ist... ... was mir selber ist... ... ja schön... Die müssen... ... beeilen... Das Schöne ist ja, dass ich jetzt nicht sterben kann... ... ... Scheiße... ... wo liegt der andere? Der ist weg... ... weg ist... ... weg ist... ... Fleischheit ist... ... ... ... ... 20 Fleisch... ... 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 2 Schmuss und 3 Schmuss. Macht Sinn! Ich glaube, ich bin ein Schmuck. Das ist das Ding, aber das ist einfach so dick. Die haben sie auch nicht angegriffen. Ich weiß nicht, wieso. Wie kann man denn sogar? Ja, der will jetzt. Die Durchflüssigkeit ist noch 1. Oh, das heißt, der braucht eigentlich nichts. Aber das Licht ist weg, scheiße. Super. Dann schnell wieder rüber ins Wasser. Oh, der Allosagier ist mir viel wichtiger, weil den man mir richtig befreundet. Ich meine, der hat sich einfach gut gekriegt. Oh, der war vollständig. Das ist immer ein Schmuck. Da kann ich nicht mehr passieren. Ich kann mich nicht gut machen. Da war aber wahrscheinlich schon so hoch, dass der Wankung nicht mehr fängt. Ich finde, es war nicht so gut. Man kann das nicht mehr passieren. So ist das 2.5. Ich hab' die Zimmer. Ich hab' die 28 über 30, das heißt, ich geh' mal fest und mach' die Zerse auf. Ich hab' die Zst. Ich hab' die Zerse. Ich hab' die Zerse. Das ist der Zerse. Ich hab' die Zerse. Ich hab' die Zerse. Ich hab' die Zerse. Das ist der Zerse. Achtung. Hallo Servus, wie geht's dir? Und wenn wir mit den drei jetzt haben, können wir uns auf jeden Fall auch wieder auf den Rücken ziehen können. Dann haben wir nicht mehr als genug mit Minus erst mal mit 10. Ich mein, Leute, wir haben jetzt drei Stück in einer Folge hier gerade. Vorher ging alles schief, jetzt sieht's hier richtig gut aus, wenn jetzt hier keiner aufwacht. Problem, was jetzt natürlich auch mehr oder weniger gut cheatet. Einfach aus dem Kopf, weil... Er hat uns ein paar Mal gestankt, denn wir haben einfach keinen Schaden mehr. 10 und 80% in den Kopf. Wahrscheinlich beim nächsten Mal fressen wir sie jetzt. Den Alu find ich doch der Beste, weil er es weiß. Und... Der hat sich einfach bei den Schnitzelkotten angelegt und in der Zeit haben wir ihn überarbeitet. Und der ist... Guck mal, die Armheit geht fast gar nicht weiter. Der ist jetzt bei der Hälfte. Geiles Gaste. Und der Triceradops liegt hier oben. Bei dem geht's ja ganz schön schnell. 36%. 36%. Der Kanu ist schon mal uns. Ich seh ihn gerade hinten. Wenn ich gerade aufwacht muss, was ich jetzt nicht gerade... Jawohl, der Kanu ist uns. Wir sind jetzt Besitzer eines Kanu-Sanus. Im 10. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. 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 Kontakt πως ist mit einem ihren gates시다 und einen academically und haben die Mauer nicht geworfen. Und ich hab den Kitten einen durchgekommen. Und ich sökte ihn mit dem den Kanal sofort nach. D. Und ich denkeh, den Kran der ihm jeden Fall muss also erneut sein. erweise gewاض ich. Das ist so ein Wettbewerb, die hier sind. Das ist so ein Wettbewerb. Nein, da ist so ein Wettbewerb. Da gibt's nicht. Aber meine ist da. Das ist so ein Wettbewerb. Sie müssen schlafen. Darf ich hier in den Spaten geben? Ich habe hier in den Spaten gebracht. Ich habe in die Pfeil des Spaten. Ja, ich bin so ein Wettbewerb. Das ist so ein Wettbewerb, das ist so ein Wettbewerb. Das ist so ein Wettbewerb. Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, shit. Letzter, ich muss noch mit. Ja. Bist du? Bist du? Und das ist gar nichts. Besser. Warten wir noch mal rein. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann können wir uns mal überlegen. Und dann können wir uns mal erzählen. Und dann können wir uns nicht. Und vielen Spaß beim Zuschauen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann können wir uns gleichzeitig. In der Last gern. In der Last du hast. 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 Was ist das? Ich mach das. Ich hab das. Ich hab das. Das. Das hat er. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das war's. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Maschalatade. Ich hab das gespielt.